Der goldene Stern ganz im Osten. Normalerweise war der Sternwirt Hans Schenk stets in der Schankstube zu finden, um für das Wohl seiner Gäste zu sorgen und Neuigkeiten mit ihnen auszutauschen. Seine Gattin Helena hatte in der Küche das Sagen, doch heute musste der Knecht Melchior sich allein um die Gäste kümmern, die sich mit einem Humpen Bier oder heißem Gewürzwein ein wenig aufwärmen wollten, denn die Herrin lag im Kindbett, und der Herr schritt in der Stube des Hinterhauses nervös auf und ab. »Agatha ist die Mundistin gekommen«, klang die Stimme des Hausherrn der Magd entgegen, als diese den Wassereimer stöhnend auf dem oberen Treppenabsatz abstellte. Agatha wollte dies gerade verneinen, als unten an die Tür gepocht wurde. Kurz darauf führte Regina Schenk die Hebamme die Treppe hinauf. Als sie ihren Vater entdeckte, lief das fünfjährige Mädchen zu ihm, lehnte ihren Blondschopf an den unter dem Wams hervorquellenden Bauch und umklammerte die große, fleischige Hand. »Vater, kommt das Kind nun?«, hört Mutter dann auf zu schreien. Der Ratsherr Hans Schenk nahm seine Tochter beruhigend in die Arme. »Eine Weile wird es schon noch dauern, doch dann, wenn Gott es will, hast du einen Bruder oder eine Schwester?« »Lieber eine Schwester«, entschied Regina, »ich habe ja schon zwei Brüder, das reicht.« Ein Lächeln teilte den rotblonden Vollbart, der schon einige graue Fäden zeigte, und auch in den grünen Augen spiegelte sich ein Lachen. »Wo sind eigentlich deine Brüder?«, fragte der Vater plötzlich, und der strenge Ton wischte das Lächeln fort. »Sie sollten doch dem Mälchor zur Hand gehen.« Regina zuckte die Schultern. »Kasper ist raus, nach dem Pelz Merte sehen. Thomas wollte mit, doch Kasper hat ihm recht Angst eingejagt, dass der Merte den kleinen Bös den Rock verhaut. Da hat sich Thomas dann drüben in der Kirche verkrochen und ärgert sich nun, dass er so feige ist.« Der Vater zog die Augenbrauen zusammen und wollte gerade etwas erwidern, als in der ehelichen Kammer der entsetzte Ruf der Hebamme erklang. Hans Schenk setzte seine Tochter unsanft auf eine Truhe und eilte in die eheliche Schlafkammer hinüber. »Ihr werdet es nicht glauben, Herr Richter«, sprudelte die Magd los, doch der Hausherr brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Was ist los?«, fragte er beunruhigt und sah von seinem Eheweib zur Hebamme hinüber, die langsam den Kopf schüttelte. »Es sind Zwillinge. Das bedeutet Unglück.« Die Mundistin schüttelte wieder den Kopf. »Großes Unglück. Habt ihr nicht darauf geachtet, keine zusammengewachsenen Früchte zu essen?«, fragte sie die Gebärende vorwurfsvoll, die beiden Nachbarinnen, die der Hebamme zur Hand gehen sollten, sahen betreten zu Boden. Hans Schenk ließ den Blick über das hutzlige Weiblein vor sich wandern und presste die Lippen fest aufeinander. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, die Mundistin zu holen. Ging nicht das Gerücht um, auch sie wäre auf dem Galgenberg gewesen, als die Hexe Margareta Sinai mit ihrem Sohn Jakob auf einer Gabel des Nachts ausgefahren war? Das sollte der Nachrichter Hans Vollmeier zumindest behauptet haben. Was, wenn das stimmte und die Kinder starben? Dann konnten sie die armen, ungetauften Wesen dem Teufel weihen. Auch flüsterte man, sie sei eine Abtrünnige und würde es mit den Lutherschen halten. Der Ratsherr schallt sich einen Narren. Doch andererseits war sie unbestritten die geschickteste Wehmutter in Älteren.